Das steht jetzt gerade nicht... Ah, der Push-To-Talk ist sogar an. Wunderbar. Connected. Hallo. Hallo. So, jetzt nochmal Valentia, ich konnte den Satz gerade nicht hören, weil mein Telefon gekennzeichnet hat. Also meine Frage war jetzt einfach nur, ob das normal ist, weil du meintest ja, weil M&J nicht da war, ob es normal wäre, dass irgendein Leiter da wäre, falls doch mal jemand eingeladen würde, der Kacke labert, dass der dann sofort gekickt werden kann. Das solltet ihr euch dann ganz heftig mit dem Akka machen, das habt ihr auch getan. Und wir haben in der letzten Zeit auch nur deswegen, weil dieser Stress war, der ja immer noch von Kemperkutu und Co. gemacht wird, weil wir waren ja am Mittwoch im LFR und während wir im LFR waren... Was ist eigentlich dieser Schrifti hier? Schrifti? Und jetzt hab ich dich jetzt zu Hause holen, weil ansonsten, vergesse ich mich und dann tue ich alles, was ich kann! Fick dich halt, M&J! Ja, schön! Das machen wir gleich nochmal! Ach so, neuer Versuch, wir gehen jetzt nochmal rein, es müsste eigentlich klappen, ähm, aber jetzt reden wir, also, let's go! Und das Dumme ist, ich weiß sogar, wer es gewesen ist... Na, guck mal, ist der Nächste! Richtig! Es ist wieder der, äh, der schwule Maxim! You were banned from the server! Mission failed! We'll come next time! Hahaha! Das ist gemein! Hahaha! Der schwule Maxe! Erstens, Max! Nicht E! Außerdem nicht schwul, sondern bisexuell! Das ist ein riesen Unterschied, M&J! Oh, jetzt muss ich das nochmal von vorne machen! Okay, das können auch alle sehen, wen man einen TeamSpeak 3-Bahn umgehen kann, man kann das zwar auch googlen und direkt ein Video finden, aber... Für alle, die Albira auf den Keks gehen wollen, auf den TS... Ey, das ist nicht nett! Hahaha! Ich wollte gerade klarstellen, dass ich nicht schwul, sondern bi bin! Was gemein hier! You were banned from the server! Ach komm, ey! Bei Gala hat mich doch auch rausgerastet! Verzeigt mich doch an wegen Hausfriedesbruch! Oh man, ich wollte ein schönes Video machen! Na gut, das lade ich trotzdem hoch, ist mir scheißegal! Ach, schade! Wir kriegen schon unser Gespräch noch!